Es ist so bei uns strategisch un-Bayern-like, finde ich. Also früher, die erinnern sich doch noch, oder? Da war Uli Höhle nochmal in Topform irgendwo ein Nebelkerzchen gemacht, wir alle draufgesprungen und im Hintergrund haben sie das geregelt, was sie regeln wollten und hatten ihre Ruhe. Jetzt wird alles öffentlich verhandelt, Vertragsverlängerung monatelang öffentlich, Trainergeschichten und jetzt eben auch diese. Eine Woche trainiert da einer mit, als sei das ein 16-jähriges Nachwuchstalent. Also eigentlich nur Verlierer.